Ja Freunde, da sind wir auch wieder zurück. Hoffen wir natürlich, dass jetzt der Bug bei dieser Folge nicht auftreten wird. Dadurch, dass wir aber schon alles kennen, brauchen wir die mal eigentlich nur durchrushen. Das ist natürlich zwar schade um die Erfahrungspunkte ist, aber naja, ähm, warte mal, 634 war's, ne? Jo. Halt! Deswegen so im Scheiß-Golden-Fisch war's. Okay. Komm mal, geteilt. Halt! 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 ähm, rein gib los, Kultschlumpf oh, ein Maul oh, ein Maul ja, natürlich, immer auf mich aber wie ich diesen Fisch hasse ja, natürlich, immer auf mich oh, da geht's nicht mehr oh, hier scheint's auszugehen oh, da geht's nicht mehr 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 ist es da kommt ich renne hier wieder in trocken natürlich genau das meinte ich doch doch auch freunde mädels kommt schon die komische Das ist einfach mal eine Töne, Fahrrad, wie man das jetzt riecht. Ja. Njaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Oh. Was ist das? Eine Spieger! Nein. Nein! 634, 634! Gute Nacht! Du hast gesagt, dass du das Kind der Verletzung der Verletzung hast. Willkommen zu den Angelegenheiten! Guten Tag! Gute Nacht! Was? Ich hab dich auf die Karte gelegt. Ja, guckst du dir an? He he, du bist auf die Karte! Genau! Wer ist das? Ich bin Dillac-Hiton-Suzi. Dillac? Du kennst dich Dillac-Hiton? Natürlich! Warum? In dieser Stadt gibt es ein Zeichen von Kodai. Da gibt es ein Zeichen von Kodai. In dieser Stadt gibt es Dillac-Hiton-Suzi. Sie sind in der Zeit, die Dillac-Hiton-Suzi. Was? Andorra? Aber warum ist Dillac-Hiton-Suzi? Es ist sicher, dass sie sich in der Hand zu kontrollieren. Wir schauen uns auch. Chris ist ein Registungsgericht. Wir haben keine Registungsgericht. Wir haben die Registungsgericht. Wir haben die Registungsgericht. Wir sind 18 Jahre alt. Wir sind für alle. Wir haben die Registungsgericht, Chris. Wir sind für Sie. Okay. Ich bin auch ein ganzes Land. Wir sind 15 Jahre alt. Wir haben die Registungsgericht. Wir haben die Registungsgericht. Sind wir nicht auch 15 Jahre alt? Hm. Yeah, das Zauber ist abgetan. Na dann schauen wir uns mal das Imperium ein. Hm. Wer weiß. Was? Vier generelle? wer ist der vierte mag sie stand das ist war moderner kursi koto war joko war gut denn so viele von der basis wir sind für die gefahr viel höher dass ihr aufgedeckt wird oder nicht ist ein apfel was von jene suppe ich würde gerne pennen aber es geht hier in anscheinend nicht ein kind natürlich das ist für eine riesen hütte du hast sie zum wein gebracht gibt es zu das kaffee ich glaube davon hat man schon gehört oh dance baby es ist das denn feines Schneemannring, mhm. Tiger-Bikini. Ah, die hat nicht Geld, Alter. Ne, dann legen wir mal an. Zuck. Ah, ich hab ja noch einen Robin-Harnisch, gut. Ich hab so ein beklopptes Armband nochmal gekauft. Hm. Hm. Wie soll ein Kini 21 Verteidigung bringen? Wollt ihr mich verarschen? Na ja, wird schon alles ja in Richtigkeit haben, ne? Wie soll ein Kini 21 Verteidigung sein? Wie soll ein Kini 21 Verteidigung sein? Wie soll ein Kini 21 Verteidigung sein? So. Passed. Clever. Oh, ein Neume. Was denn? Selber. Was auch immer die Pfeifen verbetzen will. Ja, da kann man schlafen. Hier gibt's ja wieder nix. Hier ist Bandol. Ich bin ein Kaffee. Ich habe die Pfeifen verbracht. Ich bin ein Kaffee. 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 Das ist einfach nur drei Eingänge weiter. Wie ist sie lang? Ich bin ein Kaffee. Ich bin ein Kaffee. Dachte ich mir schon. nein wieso wieviel seid ihr denn okay ich sehe schon das was das ist ziemlich groß Dann hast du Pech. Dann ziehst du mir das gleiche nochmal an. So groß ist die Familie nun nicht. Drei Kinder, oder? Oder drei. Oh, ein Korallenbriff. Krieg ich da den Seeschwanzhasen? Oh, ein Seeschwanz. Ich weiß nicht, aber irgendwie so rum oder so. Hinfos, ich brauche Hinfos, ich brauche Hinfos. So, ich habe es aber speichern, falls es sich nochmal aufhinkt das Spiel. Warte mal, geht es hier lang? Oh, da gibt es einen Keller. Oh, wer bist du denn? Ja, alles meins. Du hast ja nichts für mich, oder? Naja, ich kann nichts versteigern. Ich glaube, ich habe noch nichts. Ja, oder? Gut. Ich kann nichts versteigern. Hey, Nickerchen, bitte. Oh, sie ist etwaig. Oh ja, ernst. Das kommt jetzt, wo wir schon längst dran vorbei waren. Wie ist das denn möglich? Ich weiß nicht, ob ich ein Kuhi-Sinn-Bohin bin, aber was ist das für ein Kuhi-Sinn-Bohin? Ja, das frage ich mich auch. Das Kuhi-Sinn-Bohin ist ein Kuhi-Sinn-Bohin, das ist ein Kuhi-Sinn-Bohin. Entschuldigung. Wie kann man nur so verfressen sein? Obwohl, eigentlich müsstest du die so groß sein, so viel wie ich es ist. Ah, ich glaube, dass ich nur ein Kuhi-Sinn-Bohin-Bohin-Bohin-Bohin-Bohin-Bohin-Bohin-Bohin-Bohin-Bohin-Bohin-Bohin. So, Freunde. Da würde ich auch sagen, sehr gut. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt doch gern was in die Kommentare. Ciao, ciao.